Hey Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Minecraft Survivalists. Meine Damen und Herren, letzte Folge haben wir ja endlich das Essensproblem gelöst, was uns seit einiger Zeit schon ein bisschen gestört hatte. Jetzt haben wir ein Dorf gefunden, haben eine Menge Essen und deswegen habe ich mir gedacht, heute mache ich nochmal was anderes. Und zwar habe ich ja jetzt mittlerweile eine Menge Eisen. Das heißt, ich crafte jetzt eine fertige Rüstung und dann gebe ich mich ins Nether, meine Damen und Herren. Das ist jetzt auch langsam mal Zeit geworden. Wir haben jetzt glaube ich mal, denke ich, das nötige Equipment und langsam können wir auch mal anfangen ein bisschen reinzureihen. Jetzt habe ich mir erstmal meine Rüstung zum ersten Mal gecraftet. Ich mache mir noch eben ein Schwert und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute, wenn ich am Portal bin. So Leute, da sind wir jetzt am Portal angekommen. Das heißt, ich habe mich jetzt hier schon mal ein bisschen ausgerüstet, habe ein bisschen Essen mitgenommen, Schwert, Spitzhacken. Ein paar Baumaterialien und würde ich sagen, gehen wir ins Nether. Let's go. Und das erste, was wir da finden, ist natürlich ein Skelett. Let's killen. Das liegt auch gerade gar nicht. Perfekt. Äh, stimmt, es gab ja ein Nether-Update mit der 1,16, Leute. Also, jetzt sind wir hier schön am Nether-Mortal. Ich werde mir mal ganz kurz die Koordinaten merken und dann einfach mal schauen, was wir hier so finden. Let's go. Was ist das hier? Ist das einfach... Knochenblock. Okay. Nehmen wir, das ist Obsidian. Schwarzstein. Junge, Junge, Junge. Was wurden hier für neue Blöcke eingefügt? Was ist das hier? Asalt. Ja. Keine Ahnung, was das alles sein soll. Was ist denn Gas? Ja, geil. Ach, tief mit. Scheiße. Auch keine tief mit. Hier sind ein paar Erze. Volt-Klumpen. Okay. Mir weiß einfach mal, mit hier keiner was das bringen soll. Alter, Schöne, was gibt's denn hier alles? Junge, Junge, Junge. Irgendwo nochmal irgendwas Spezielles. Äh, haben die Netherite entfernt? Oh, ne, da ist... Okay, hier wurde sich scheinbar schon lang gegraben. Oder gebaut, was auch immer. Ich mach mich einfach mal hier längs. Und baue mal das ganze Zeug hier für ein paar Level. Stimmt, es gibt jetzt hier neuartige Monster und, äh... Weiß nicht, ob die das sind oder ob das die Pigments sind, weil das Texturpack hat ganz komische Geräusche. Digga, was? Das will mich, es will mich, es will mich, ich weiß nicht, was es ist. Aber es will mich, ich hab keine, was es ist. Oh, die Schatz, wenn die Kommentare, was es ist, ich weiß es nicht. Warum wollt ihr mich? Okay, da oben ist irgendwas. Immer schon ein bisschen Level abbauen hier, ein bisschen Zeugs mitnehmen. Keine Ahnung habe, was diese Goldkumpen bringen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was das macht. Was auch hier oben war gerade, was hab ich gesehen. Die Menge Zombie Pigmen. Die einen nicht angreifen. Glowstone. Ich weiß nicht, wie diese Blöcke heißen, hab ich schon wieder vergessen. Und ein Magmarbein. Ne, egal, ist das, was ist das hier für, für komischer Regen? Jo, alles klar, gar kein, gar nicht Lex oder so, gar keine Lex. Ähm. Noch ein Magma-Ballschleim-Ding. Aber keine Festung. Weit und breit eine Menge Monster. Kein Fest, Digga. Warum, warum deckt das gerade so? Was ich vom neuen Nether weiß, ist nur, oh, Alter, hab ich gerade geschaut. Ist nur, dass, äh, hab ich schon wieder vergessen, was das für ein Block ist, weil ich glaube, Nether-Write heißt das. Was, was die stärkste, äh, das stärkste überhaupt ist, irgendwie. Keine Ahnung. Wie komm ich jetzt hier runter, um zu sterben? Scheinbar gar nicht. Hier recht, okay. Okay. Also gut, ich glaube, ich kann hier mit der Quarz herstellen. Das hilft mir dann doch schon ziemlich beim, äh, Hausbau. Was ihr immer noch in die Kommentare schreiben könnt. Ich bin zwar zu dem Zeitpunkt dieses Videos im Urlaub. Das heißt, ich werde das dann alleinstens, äh, ja, nicht jetzt produzieren können. Aha! Aber, Leute, ihr versteht, was ich meine. Oh, wer ist denn da? Ich laufe einfach mal hinterher, vielleicht findet er ja irgendwas. Zwei Gasts, ja moin. Und hier irgendwelche Festungen? Weiß er, wo irgendwas ist? Weil ich kenne mich hier nicht aus. Er war schon von ein paar Folgen hier. Gehen wir mal hier rechts rein. Äh, hier links. Rechts, ja moin. Äh, ich gehe einfach mal rein. Mal schauen, was hier irgendwas ist. Ne. Aber es rendert auch nicht. Ne, ich gehe einfach wieder zurück ins Portal und sicher erst mal alles, was ich hier habe. Oh, alter! Junge. Ich habe mich gerade schrocken, weil man nicht den angegriffen hat. Alter, ich rede. Alter. Oh, alter. Es regnet immer noch. Gott. Oh, es gewittert. Perfekt. Ich kann direkt schlafen gehen, Leute. Wir sehen uns gleich in der Base wieder. So, Leute. Wir sind wieder zurück. Oh, ich glaube, kann ich damit irgendwas gefrafen. Ah, ein Gold. Ah. 6, 1,5 Stunden später. Moin, Gold. Und jetzt. Moin, Gold. Kann man mal machen. Muss aber auch nicht. Äh, ich will was sagen. Ich gehe nochmal runter in der Klippe. Hallo? Was geht mit euch ab? Lowground ist unfair. Ich glaube, wie ich einfach nicht down gehen wollte. Oh. So, ich gehe einfach mal schauen. Hallo, ist hier die Hülle der Monster? Was geht? Na? Ich habe mich damals runtergebaut auf Höhe 11. Ich gehe jetzt einfach mal schauen. Das war eine Folge, in der ich verkackt habe, die Audio aufzunehmen. Weil ich dumm bin. So, F3, Höhe 11, okay. Ach, und übrigens, Leute. Ihr seht, ich habe hier gerade keine Fackeln, aber es ist total hell. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann mache ich das mal in einem Video, erzähle ich euch das dann mal. Aber jetzt schaue ich erstmal, ob ich hier... ...irgendwas finden kann. Oh Gott. Okay. ...irgendwas gut ist, oder so. Aber... ...eisen. Scheiße. ...einen nur. Das habt ihr gerade gesehen, oder? Nö. Das habt ihr nicht nur ich gesehen. Alter. Was ist denn hier los, Alter? Wow. Krass. Schwarze Dears. Na toll. Ich glaube mal richtige Dears. ...eisen. Krass. Krass. Das ist meistens ein gutes Zeichen, Leute. Dass es in der Nähe dir sind. Und... ...manchmal. Tja. Gut. Dann Gehe ich einfach meinen wunderschönen Weg wieder zurück Hallo Monsters Keiner Monsters, perfekt Scheiben wir doch Monsters Alter, die treffen aber auch jeden Shot Die sind Noch besser Als Äh Äh Psytoxien-Skelette in diesem Spielmodus Hä? Ist auch egal Dann würde ich einfach sagen Was das mit der heutigen Folge Minecraft Survival ist Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da Äh, schaut in die Videobeschreibung Da sind sowohl Lukas und Moniv als auch Nils verlinkt Auch der Link zu meinem Twitch-Channel ist in der Beschreibung Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute haut rein, ciao Bis zum nächsten Mal wieder, 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 bis Bis zum nächsten Mal.